Aha! Und was bist du für eine widerwärtige Visage? Ich bin Kapitän Brunftauge. Zieh sie an meinem Finger, sonst dürfen sie nicht auf mein Schiff mitfahren. Du bist also Kapitän Brunftauge. Wie hat man wohl beide Augen gebrunft? Ich habe ein so schönes Auge. Niemals bist du Chef von dieser Schraluppe hier. Sind Sie der Medizinmann, der gegen meine Brunftschmerzen hält? Ich bin der neue Käpt'n. Ich löse dich ab. Hier. Du hast mein Schiff angemalt. Und jetzt spiel uns ein lustiges Lied im Krönermeyer-Stil. Du hast mein Schiff angemalt. Nein, das will ich nicht. Das ist schön. Ja, was machen wir denn heute, Kreis? Ja, ähm, Segeln. Segeln und den ersten Schatzbergen. Guck mal, wir sind hier auf so einem komischen Lager. Hä? Ja. Was machst du? Willst du jetzt erst den Anker lichten? Keine Ahnung. Los, an Steuer. Du bist ja immerhin Käpt'n. Oh nein. Randa. Okay, mach mal das Segel runter, Joga. Moment, wie geht das? Ich bin noch neu. Da rechts. Da rechts? Ja, also von mir aus rechts. An dem Ding. An dem Ding? Da ist dieses, dieses T-Stück. An der Lasche oder wie? An der Lasche, sag doch an der Lasche. Und dann mit S und W oder was. Hier, zack. Also mit hoch und runter. Die Lasche brennt. Ja, los. Man möge segeln. Der Anker wurde ja schon gelichtet. Komplett. Hä? Moment, da muss man ja noch gehen. Ja, komplett. Ja, sicher. Ich bin hier neu. Du musst mich unterbeißen. Hast du einen automatischen Anker gesehen? Ja, in der modernen Welt. Ja, also... Ich komme aus der Moderne. Ja, genau. Ich bin ein moderner Pirat. So, wo müssen wir jetzt hin? Da, wo es leuchtet? Da, wo das Feuerwerk ist? Also, ich würde sagen, ich spiele uns eine lustige Melodei. Spiele uns eine lustige Melodei? Oh, was ist das für ein schönes Instrument? Oh, die Quetsche. Ja, das ist eine Quetsche. Das ist auch Quetschen. In meiner Heimat spielen wir alle die Quetschen. Ja. Käpt'n Brunfauge. Ja, la, la. Käpt'n Brunfauge und sein Knecht, die sind wieder unterwegs. Der eine stinkt und der andere riecht nach Aids. La, 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 la. Sie wollten das Gold da hinten bergen. Folgten dem Feuerwerk. Mutig durch die tobende See. Arrr. Gib mir ein Arrr. Arrr. Du musst die Zunge rollen. Wer das nicht konnte, der durfte nicht aufs Schiff, ne? Nee, also wer kann rollen, dass er konnte, der durfte nicht mitspielen. Eben, der durfte nicht mit Piraten mitspielen. Aber können wir nicht noch schneller? Was ist das hier? Nee, wir sind auf Maximum. Wir haben keinen geilen Wind im Moment, oder? Aber dafür dramatische Musik. Da, 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 da. Ein kräftiger Seemann, ein schwacher Lauch. Die Sammeln schätze, das kannst du auch. Wer ist denn der Lauch, Alter? Du bist mindestens 90. Ich meine, du bist Käpt'n Tata-Kreis. Ganz ehrlich, also so wie du aussiehst, ich glaube nicht. Käpt'n Kreis. Also so wie du aussiehst. Was ist eigentlich heute unsere Intention, dass wir das Spiel plötzlich spielen? Es ist ja schon 140 Jahre alt. Nun, du hast gesagt, du brauchst Geld. Und dann hab ich gesagt, ja gut, dann halt. Du sagst mal, dieses Lockfeuerwerk, war das wirklich der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Geh mal runter. Ich spiel die ganze Zeit Instrumente und hab Spaß. Erlese mal die Karte und schaue, ob wir richtig fahren. Nun, wir fahren im Endeffekt gerade dran vorbei. Müsse ich hier rechts, oder was? Na, irgendwo hier. Mann, wir fahren. Warte mal, wo sind wir denn? Packenbord, Steuerbord, oder was? Ähm, du musst links. Links hoch. Zur Blind Man's Lagoon. Dreh mal das Ding. Das Blind Man's Lagune? Das Blind Man's Lagune. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich hoffe, der blinde Mann weiß, wie man Shampoo benutzt. Du musst eigentlich Richtung Norden. Nordost. Ah, okay, das ist gut. Ja, okay, dann weiß ich ungefähr, wohin, glaube ich, oder? Moment, aber ich bin immer noch Norden. Das Ding bewegt sich gar nicht. Jetzt geradeaus. Jetzt da genau drauf steuern. Also nicht mehr weiter. Wir haben aber auch ein scheiß Wetter erwischt, oder? Ja, natürlich. Wir sind Amateur-Schatzjäger. Ja, mit unserer kleinen Schaluppi. Mit unserer kleinen Schalupp. Mama Schalupp. Chantal Schalupp heißt die. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Hast du irgendwas angezündet? Ich hatte was gebrannt? Ähm, nee, mein Holzbein pfeift immer so ein bisschen, wenn ich von oben. Mein Holzbein pfeift. Hier, ich sehe mich an angebranntem Teer. Na ja, aber mein Holzbein wird manchmal heiß. Hier vorne. Das ist gut. Das ist gut. Das ist die Lagune? Ich glaube, das ist die Blindermann-Lagune. Ich nehme uns mal ein bisschen Wind. Oh. Aber hier sind Dornen. Das ist Blindmanns-Lagune. Ja gut, die sind jetzt nicht so freundlich gesinnt wahrscheinlich. Nee, die sind nicht so freundlich. Aber da schwimmen coole Sachen rum und so. Das ist mal mein Lieblings. Joi, schätze. Warte, wollen wir den Anker jetzt schon werfen? Nee, ne? Nee, ein bisschen noch drauf. Ich habe ja... Na genau, Segel ist drin. Das ist gut. Reicht es noch oder noch ein bisschen hin? Na, ich weiß nicht. Wir können ja schwimmen. Ich nicht. Halt einfach an. Also ich habe kein Sehsternchen. Anker, Anker raus. Moment, ich mache noch gerade mal das Segel noch ein Stückchen runter. Anker raus. Ich Anker, Moment. So, hier. Eie, Captain, ei. Eie, eie, eie. Eie, 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 eie. Ah, das war eine lange Reise. Warte mal ganz kurz. Ich lege mich mal eben hin und schlafe. Mir geht es irgendwie nicht so gut. Ja, weil du alt bist. Jetzt seid das der junge Captain ran. Der muss ran. Captain Youngblood. Captain Youngblood? Das ist nicht so ein Rapper? Keine Ahnung. Hat er nicht was irgendwie mit... Verkauft er nicht Cheezys? Oh, was haben wir denn hier? A Kokonuss. A Mango. Ich weiß nicht, nimmst du die Broten Mango einfach mit? A Banuna. Ich esse mal eine Banuna mit Schale. So eine Mango spüle ich auch noch hinterher. Wo ist denn die Karte? Ja, hast du überhaupt eine Schaufel? Oh, hier sind Schweine, Käpt'n. Klar habe ich eine Schaufel. Können wir die mitnehmen? Können wir die fangen? Ich will ein Schwein, also ein Schulterschwein. Ich will ein Schulterschwein. Die fliehen ins Meer. Also, guck mal, hier ist das Loch in der Mitte. Moment mal, hier sind Dinge drin. Alles mitnehmen. Felsenspitze also hier unten. Erstmal hier auch alle Schätze mitnehmen, Käpt'n. Oh, hier ist so ein kleines Rettungsboot. Guck mal, hier ist, glaube ich, der Schatz. Moment mal, nicht den Schatz heben. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Käpt'ns. Aber da ist auch noch was. Guck mal, hier drüben ist der Kisch. Guck mal, hier ist eine Kiste mit feinen Gewürzen. Alter, ich kann die ganze Kiste nehmen. Guck mal hier. Ja, ja. Ey, guck mal, ich habe eine Gewürzkiste. Was hast du für eine? Das ist so doof, ey. Aber die bringe ich mir dann an. Also, die Gewürzkiste, so nenne ich immer deine Mom liebevoll. Die riecht so nach Majoran. Ich habe meine Finger wieder in der Gewürzkiste, sage ich immer. Hier riecht es nach Mario-Marm. Majo-Marm oder Majo-Marm? Moment, wie stelle ich die denn jetzt ab? Ja, also bei mir auf X. Ich bringe die auf jeden Fall hier unten rein. What? Noch mehr Munition. Aber ganz schön, ganz schön duster, Käpt'n, oder? Gewürzkiste, Munition. Hier, Käpt'n, duster Bart. Komm, wir gehen den Schatz heben. Hä, was ist denn das? Da leuchtet doch irgendwas so merkwürdig. Ist das die Markierung oder irgendwas Besonderes? Du meinst denn in der Ferne das? Nee, nee, hier an der Insel. Da hatte ich eben gerade so einen Strahl. So ein Glitzern. Ja, so ein Glitzern. Ja, ich habe also meine Kiste zum Beispiel gerade geglitzert. Ziemlich stark. Und wo ist jetzt der Schatz hier in der Ecke? Nee, hier hinten musste der sein. Weil der Käpt'n muss eigentlich eher so Grabungsbefehle geben. So wie schneller, tiefer, weißt du so. Ich glaube, der müsste hier so irgendwo sein. Ergrabe hier. Okay, Moment. Du musst leuchten, Käpt'n. Wie geht das mit L? Leuchte. Oder er müsste doch hier irgendwo sein. Keine Ahnung, du bist der Käpt'n. Du bist der Kartenleser. Nö. Schon was gefunden? Nein, jetzt sei Gott, du bist so gierig. Keine Ahnung. Hier, kannst du auf die Karte schauen, wenn ich sie dir zeige? Ich habe nur ein Schwein gesehen zwischen deinen Beinen. Mal gucken. Ja, da ist der Fluch. Moment, das ist eigentlich hinter dem Grün. Eigentlich hier eher. Ah, okay. Ah! Ah! Leuchten! Käpt'n, leuchten! Die müssen wir knacken, die Kiste. Ich hoffe, da sind tolle Sachen drin. Ah, nee, die müssen wir zu dem Mann zurückbringen. Auf die Heimatinsel, glaube ich. Ah, ja, ja. Hier steht's. Zum Goldsammler. In einem beliebigen Außenposten. So, brauchen wir aber hier nicht noch Sachen. Guck mal hier, können wir nicht so ein Rettungsboot uns noch stripitzeln? Ja, aber wie willst du das? Keine Ahnung. Das müssen wir dann an unsere Ketten harponieren. Ich schau mal eben in die Fässer, weil hier könnten noch coole Sachen drin sein. Guck mal hier. Boah, hier drüben. Kreis. Ich hab was gefunden. Was hat er? Der Eierschoner von David Jones. David Jones Eierschoner? Ja, hier. Wow, was ist das? Ui. Nimm du die Kiste. Lag das einfach so rum? Ja. Also, nimm du die billige Schatzkiste. Ich hab irgendwie Items gefunden. Ja, nimm du das billige Holz. Ich hab was Gutes. Aber die Frage ist jetzt... Achso, doch, klar, wir teilen uns ja die Quest, ne? Klar, cool. Ja, jeder kriegt was. Ja, nee, ich dachte, das ist hier hinterher irgendwie so ein Seebärenkram. Wir dürfen uns jetzt nur nicht überfallen lassen. Wie jetzt? Man kann Geräuberlied werden? Ja, klar. Wenn jetzt einer kommt, kann er uns unsere Schätze nehmen. Und unsere Gewürze. Ey, aber Gewürzte waren damals wirklich sehr teuer, ne? Ja, na klar. Also, da wurde ganz schön geräubert. Eine opulente Kuriosität. Das klingt, als würde jemand deinen Geschlechtsteil beschreiben. Wir müssen zurück zum Außenpost nach Deggert. Puff. Ich werde ein bisschen für dich klatschen. Kreis, siehst du das? Oh, ich sehe richtig sexy aus, oder? Ich würde gerne ein schönes Foto von mir machen, aber es ist die ganze Zeit Nacht. Wann wird es endlich wieder Tag? Ich weiß nicht, das ist die raue See. Kannst du auch sowas machen? Ich will es nicht, Kreis. Ja, aber guck mal, weil da kannst du nämlich rauszoomen und nach außen an sich, dann siehst du mal deinen Charakter selbst. Ich weiß, wie schön ich bin. Ja, aber die Leute wissen nicht, wie schön du bist. Das werden sie nur bei dir erfahren. Ja, das werden sie nur bei dir erfahren. Und bei mir will das aber keiner erfahren. So, wo müssen wir jetzt hin, Kamerad? Ja, zurück. Ich habe es doch markiert. Welche Richtung? Da ist doch alles Süden. Süden? Ist das, ist das Legend Süden, oder? Ich würde sagen Süden. Ja, ja, Süden. Hä? Du hast doch gar keine Karte. Du weißt nicht, ob das Süden ist. Das ist eher Westen. Nein, das ist Süden. Warte mal. Oh, oh. Aus dem Posten Deggertooth. Da wollen wir hin, ne? Genau, Deggertooth. Ja, sag ich doch. Ein bisschen Süden, Südwesten dann so, ne? Okay. Wosten? Also Wosten existiert doch gar nicht, Käpt'n. Wosten. Sos. Ich dachte, sie meinten Wosten. Ist der Anker schon gelichtet? Nein. Mal los, oder? Ich mach mal das Segel raus. Dein Spuckknabe erledigt das. Auf nach Wosten, Käpt'n. So. Ja, doch mal los, ne? Mein Kompass dreht sich nicht. Dreht er sich bei dir? Ähm, ja, ganz langsam jetzt. Ne, dieser am Steuerrad der Kompass, mein? Ja, doch, dreht sich doch. Geht es langsam nach Westen? Nee, bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Soll ich mal lenken? Lenk du mal und guck mal, ob sich da was ändert. Ja, jetzt geht's nach Norden. Also falsch, oder? Du musst auf die Karte gucken. Du kannst ja gucken. Wir müssen jetzt einmal hier drehen. Ja, einmal komplett drehen. Ja, bei mir ändert sich das, ne? Alles easy. Ja, du bist halt nicht der echte Käpt'n. Das Schiff spürt das, weißt du? Das Schiff spürt den Käpt'n. So, guck mal, ob ich richtig bin. Ja, wenn sich bei dir das Ding dreht und du Richtung Süden... Ja, da hinten. Geradeaus jetzt, oder? Geradeaus. Moment, ich lenke ein. Nee, nee, nee. Geradeaus ist der Watchtower. Ein bisschen mehr Süden noch. Noch mehr Süden. Also, nach links, nicht nach rechts. Okay, okay, okay. Ja, ich dachte geradeaus. Weißt du, ich wollte korrigieren. Bugboard, Bugboard, glaube ich. Oder? Links ist Bugboard, oder nicht? Ich korrigiere ja schon. Oh, das ist aber auch so eine spitze Insel. So ein spitzes Stein. Ja, spitzen Stein. Da müssen wir vorbei. Aber jetzt geradeaus quasi. Zum Außenposten. Deckertöf. Deckertöf. Die alte Dolchlippe. Wir hatten heute schon ordentlich Piraten-Spaß. Ja, wir haben einen Schatz gefunden und einen Eierschoner. Vor der Aufnahmeschuppe. Man möge uns ein Lied spielen. Oh, nun. Aber dann haben wir kein Licht mehr. Wir brauchen schon Licht, wenn er Lieder hat. Welches Instrument bevorzugen Sie? Bisschen Banyo heute vielleicht? Bisschen Banyo. Mir ist so ein bisschen nach Süd starten. Es war ein Käpt'n und sein Name war Kisjong. Er fuhr an den Bergen und er fuhr auch durch die See. Und er hatte auch die Gicht im großen Zeh. Ja, Schmerzen hatte er, doch trank dafür viel Grog. In seinem Rektum, da hatte er einen Flock. Schmerzen hatte er nicht mehr, nur noch Spaßgefühl. Und dann fuhr er mit dem Schiff nach Brühl. So gab's Brühl damals schon. Klicks voraus. Ha. Klicks voraus. Ja. Man möge ein chlorreiches Lied singen, wie ich YouTube unterwanderte und der mächtigste und reicheste aller YouTuber wurde. Er zerstörte die Kanäle von den Kleinen. Er nahm ihre Klicks und sie beschimpften ihn ein Schwein. Doch Erfolg hatte er und ja, der gab ihm recht. Der Content war aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Voraus ist die Insel und wir geben Schätze ab. Bei ihm klicken die Leute viel, bei anderen eher so knapp. Ich dachte, du guckst mit. Ich hab gesungen. Hast du schon mal Freestyle-Solge-Musik gesungen? Ja, mach ich jeden Tag. Was? Oh Gott, man möge hier unten stopfen. Wie die Mutter eines, eines Martes. Du alte Marzmutter. Wie die alte Marzmutter von Kreis. Ich schöpfe mal mit dem Eimer die Flüssigkeit raus. Ja. Leute, das wird ein Let's Play voller... Oh, warte mal, guck mal, wir haben hier ein Loch. Ich hab doch schon ein Loch gelochelt. Ja, hier oben. Wie, jetzt oben auch noch ein Loch? Ja, klar, hier hat er den Rumpf. Alter, wie schau dir das jetzt schon aus? Ich dachte, ich dachte... Wie, jetzt ist es so zweimal geparkt, zweimal fast abgesoffen. Ja, kommt hier noch Wasser rein, oder? Warte, ich muss hier noch... Ja, hier unten ist noch Wasser drin. Du musst ein bisschen pumpen. Du bist der Pumpmeister. Du musst hier mit dem Eimer, du. Ja, pump da mal rein, du. Na hier, ähm, feine Gewürze. Nee, nee, wo ist denn... Wo ist denn die Munitionskistdach hier oben? Links davon. Nee, die hier, die Kanonemunition. Ach so. Boah, haben wir kräftig. Wir haben kräftig Zeug. Also, wenn uns jemand dumm kommt, zack, auf die Fresse. Soll ich die Truhe mitnehmen? Ich hab den Eierwärmer, du die Truhe. Okay, cool. Äh, wie kommen wir denn jetzt da hin? Oh, wenn wir hier reinspringen. Ich will nicht nass werden. Du bist ein Pirat und willst nicht nass werden? Ich wette Piraten, aufgrund von, dass sie auch nicht allzu viele Kleidungsmöglichkeiten hatten und so. Ich wette, die mochten es überhaupt nicht nass zu werden, weil die Kleidung auch noch viel schwerer war und so aus Baumwolle oder so, ne? Ah, wir müssen da eine Leiter nehmen. Muss doch nass werden, Pirat. Kann man hier nicht einfach hochglitschen? Na klar, guck mal hier. Ich nehme eine Leiter. Warte, ich bin, ich bin ein Gentle Pirate. Ein sanfter Pirat. Ich bin der sanfteste Pirat der siebten See. Arr. Die Leute werden sich fürchten eines Tages vor Kreisverkehr und seinem Gichtauge. Ja, wegen Infektionen. Ja, und auch. In Zeiten wie heute haben die Leute ja auch mehr Angst vor Corona als vor einem Bankräuber. Ja. Ah. Hände hoch oder ich huste. Ja. Hier, ich hab da nochmal hier meinen, meinen, meinen Eierbecher. Oh, 732 Gold hab ich jetzt. Haben wir irgendeine neue Mission? Ich glaub, man kann direkt eine neue annehmen, oder? Echt? Oh ja, hier. Der Armselige. Hier, Münzen werden gezählt. Ach so, hier ist übrigens, das verstehe ich noch nicht so ganz, das System, ne? Wie ist das? Oh, ich hab auch was gekriegt für die Kuriosität. Ja klar, wir teilen doch alles. Wir sind eine Crew. Ja, weil guck mal, du kannst nämlich hier zum Beispiel, hier ist nämlich Handelsgilde irgendwie, ne? Ja. Und guck, jetzt komm mal hier rüber. Guck mal, da wo das aggressive Skelett ist hier. Achtung. Moment, wo bist du jetzt hin? Ah, hier. Hier ist so ein aggressives Skelett zum Beispiel und hier ist so eine Botschafterflagge. Irgendwie muss man kaufen und, ne? Na ja, da gibt's halt voll viel Zeug, man. Wir müssen das ja auch alles lernen. Wir haben uns den ersten Schatz. Du willst gleich irgendwie in die Handelsgilde. Das einzige Mal, wo ich das gespielt hab, ist bei der Beta damals, ne? Ja. Also, seitdem hab ich das nie wieder gespielt. Aber irgendwie macht's schon ein bisschen Bock. So, ich würd' sagen, wir setzen direkt die Segel, oder? Ich mein, Geld ausgeben ist ja nicht. Wir haben tolle Sachen. Willst du direkt die Segel setzen? Seigeln. Wieso ist denn kein Geld ausgeben? Ja, keine Ahnung, man spart halt. Wir sind deitsch. Na, guck mal hier. Vom armseligen Pinch-Geklautes Bündeln. Kannst du das auch auswählen? Hä? Armseliges Bündel? Vom armseligen Lootin-Lowbatsch-geraubte Beugel? Also, ja, ich hab schon, ich hab schon ein bisschen was. Wir holen jetzt halt von der Goldhand. Alter, dem seine Hände sind ja wirklich aus Gold. Ja, stimmt. Geht irgend so eine Gold-Gorgonin ins Auge gespuckt. Guck mal, wir sind zu zweit. Der steht da mit einem Riesensack Gold und einem goldenen Arm. Na ja, das ist eben so eine neutrale Zone, weißt du? Willst du direkt Geld ausgeben, oder was? Ja, es gab aber schon Diplomatie. Ne, ich guck mal, ob ich einen Käpt'n-Hut bräuchte ich halt, ne? So einen kleinen Käpt'n-Hut. Richtig teuer, die Dinger. Uff. Uff, der Kraken-Hut. Ich hab 732, hab ich jetzt. Ich auch, ich auch. Ah, klar, wir müssen alles teilen. Oh, hier, eine schöne Augenklappe für mein Gichtauge könnte ich kaufen. Wie cool. Echt, du kannst jetzt schon klappeln? Nein, also könnte ich, wenn ich 3000 Gold hätte, aber... 3000 Schmeckerlons, komm, Willen, Schatz. Oh, hier gibt es Bärte. Es gibt Bärte. Oh, ich brauch dringend einen Bart irgendwann. Ja, Bärte kauft man aus der Tube bei irgendeinem dubiosen Händler. Ja. Ist sehr realistisch, ja doch. Ein Barthändler. Das wurde falsch übersetzt. Das ist nicht der Oberbart, sondern der Oberbart. Aber wir haben ein schlechtes Wetter heute erwischt, irgendwie, ne? Ich dachte schön, bei Sonnenschein und gemeinsam. Kommt doch, kommt doch, kommt doch ein bisschen was hier. Ist doch eigentlich jetzt ganz, ganz solide. Lalalalalalalalalalalala. Ne, ich hab immer noch die... Wie hol ich die Karte? Oh, das ist dieselbe Insel nochmal. Echt? Ja, guck. Hier. Schau. Was? Da ist das Kreuz jetzt woanders. Ah ja, das ist dieselbe Insel. Also das ist dieselbe, doch fahren wir doch mal ganz kurz vorbei, oder? Weiß du. Du bist ja schon ein bisschen Nordost. Na dann sind wir da. Dann wende doch mal das Ding. Du gehst ran. Wende da richtig reiß. Ich mach erstmal den Anker raus hier. Ja, erstmal den Anker raus. Ich mach schon mal die Segel. So. Dann gehst du ran an das Ding. Na? Ja. Und bastelt ne Kehrtwende. Müsst du echt komplett um die Insel rum, oder wie? Äh, ne. Ja, kannst du. Du kannst einmal komplett um die Insel rum. Dann bist du eigentlich auf Kurs. Einmal komplett um die Insel rum. Ich sag dir dann, wann du geradeaus musst. Na, noch ein Stück. Äh, welcher Taste ist eigentlich Kompass? Äh, keine Ahnung. Ich hab das ja auf Controller alles. Ach so. Reiß da mal das Ruder rum, du. Ja, ich will hier nicht wieder ran. Schrappen. Nicht schrappen. Nicht schrappen, du. Ja, und dann noch ein, wenn du ein bisschen weg bist, noch ein bisschen links, dann geradeaus. Halt immer so Nordosten. Ja, ja. Gut, ich hab grad keinen Kompass, deswegen. Aber ich schätze mal ungefähr so. Äh, jetzt geradeaus. Jetzt geradeaus, ja. Okay, genau. Jetzt die ganze Zeit geradeaus. Hinten dieser komische Felsen, ne? Ja, ja. Ich guck grad, wo meine Kompasstaste ist. Auf Angeln ist auf K. Das ist das geilste Instrument, oder? Ich find alle geil. Geil war der Pirat. Er segelte auf die Insel und grub sie komplett leer. Ich stimme mit ein. Ah, Seemann. Die raue See. Die raue Luft in meinem Lung. Ah, meine Stimme wird so schön abgenutzt, du. Da müssen wir ein bisschen was Traurigeres spielen. Wir spielen was Traurigeres. Nein, das ist zu viel Kamm. Das ist eigentlich recht traurig, oder? Ein bisschen Trauer höre ich da schon raus. Aber auch Zuversicht auf die Reise. Seine Mutter war nicht schön, aber doch ein Loch. Lalalalala. Besser als gar nichts sagt man im Knast über seinem Arm. Da ist die Insel. Als sie dann für 20 Jahre eingesperrt war. Nach 20 Jahren zieht man ganz schön Luft durch seine Lippen. Okay, nein, wir müssen gleich wieder bremsen. Warte. Warte, warte, warte. Ich mache mich bereit für gefährliche Manöver. Ich entsegel schon mal ein bisschen. Ich gehe wieder ins Steuer. Aber noch ein bisschen rumreißen, das Ding, ne? War so ein bisschen halb was? Ja, ein bisschen links. Vielleicht ein Linkskip. Jetzt hier links zwischen den Felsen parken. Ah, jetzt wieder ein bisschen rechts. Beinahe da. Haha, voll geil, ey. Eigentlich können wir hier stehen, oder? Ja, schmeiß mal raus, das Ding. Wir fahren ja eh noch ein paar Metern. So, ne? Wo ist denn das Ding jetzt, Captain? Du musst erst mal mit deinem Säbel rasseln. Das machst du gar nicht. Das ist kein richtiger Pirat. Ja, weil ich keinen habe. Du hast gesagt, ich kriege noch keinen. Karschensäbel. Ja, wo säbel ich? Weiß ich nicht. Oh, ich will so ein Schwarzschwein. Hier, das ist doch voll süß. Wow. Was ist denn jetzt schon wieder da ran? Was ist denn an einem Schwarzschwein? Das ist ne Rasse. Du Rassist. Der ist ja furchtbar. Was ist das denn? Hilfe! Das ist ein Säbel. Wo ist der Säbel? Auf welcher Taste? Ein Aschengardien. Oh Gott, was ist das? Du musst da kämpfen. Ach, schieß ihn doch. Schwarzschwein, rette mich. Drück doch irgendwie. Wo sind denn normalerweise Waffenknöpfe? Y oder so? Y? Ja, auf den Controller. Na ja. Eieieiei. Schieß auf ihn. Ich glaub, der ist kein Schussfreund. Uh. Ich brauch ne Banane, Captain. Gönn dir. Moment. Ich hab keine Munition. Deswegen. Stich drauf. Kann man den überhaupt bezwingen? Er hat was in der Hand. Er hat ne Banane in der Hand. Er isst ne Banane. Ich hab ne Banane gegessen. Schlag ihn zusammen. Oh. Ui, ui, ui. Was ist das denn? Alter, Notizen. Ich hab irgendwie so der Kopf des Aschermanns und ein halbes Hähnchen. Ein Hähnchen. Nimm das mit. Das können wir kochen. Oh, ich bin voll im Inventar. Moment. Wie geh ich denn ins Inventory? Ich hab hier diese Mission. Wo ist die jetzt? Okay, das finden wir noch raus. Garstiger Kopfgeldschädel. Kannst du den, den müssen wir an ein Schiff bringen. Ich esse jetzt erstmal hier Schweinchen. Roh? Du musst das kochen, Junge. Das wöge ich mir rein. Alter, der frisst die rohe Keule. Der Typ ist richtig krass. Ich bin barbarisch. Richtig ekelhaft. So, warte mal. Also, wir haben... Hier ist die Pfütze, ne? Oh Gott. Oh Gott. Alter, du bist voll grün. Wer kotzt den? Kippt, ich fühl mich nicht so gut. Hey, Kippt. Kippt, ich glaub, mir geht's nicht gut. Ich hatte ne Banane und n'rohs Schnitzel. Ich hab das gegessen, was der Tote mir angeboten hat. Ich hab doch gesagt, frisst das nicht. Alter, kotzt den. Hilfe, Kippt. Oh Gott. Hä? Ne Trommeln, Alter? Das ist das Lied des sterbenden Mannes. Ich sah die Sonne. Meine Nase wurde grün. Ich kotzte dem Käpt'n vor die Füß. So, jetzt schau... Okay, warte mal. Warte, warte, warte. Wo ist die Spitze? Wo will... Guck mal, hier. Ist das irgendwo da hinten zwischen den Steinen, so? Hier, oder? Ja! Oh, direkt der... Alter, ich bin echt so ein... Ich hab einfach die Gier. Die Gier-Gisch. Die Gisch. Die Gier-Gisch. Die Gisch. Das, was vor dem Schiff schäumt. Das ist beides. Und das, was an deinen Lippen immer schäumt. In den Mundwinkeln. Vor allen Dingen, dass in einer großen, längeren Portion Ruhe bleibt. Hier, da ist er, Käpt'n. Der dicke Schatz. Nimm ihn mal. Okay. Ich nehm hier das Kopfgeld. Hey, das flüstert mir Dinge. Töte den Käpt'n. Alles gehört dir. Ah, okay. Ah, 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 ah. Okay, alles klar. Okay. Aber ich hatte auch so einen Brief von ihm bekommen. So eine Mission erhalten. Ja, dann musst du ihn irgendwo auf den Tisch legen und sagen, hier. Kenners. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber wir fahren jetzt erstmal schön nach Hause, würde ich sagen. Kennst du ja einfach nochmal hier drehen, ne? Ja, im Endeffekt ist es da nicht so. Jetzt kennst du ja auswendig hier den Weg. Ich wollte nur, obwohl, doch, kannst du das Segel schon mal setzen? Weil dann geben wir direkt Gas. Hier Gassi. Vier Gassi gegeben. So, Anker muss raus. Minus zwei Anker plus vier Gassi. Eigentlich ist das hinter dieser Zackeninsel, ne? Äh, ja, ich glaube. Okay, da hinten rechts. Gastamat! Vier Gassis, bitte! Ja, genau. Jetzt rechts da dran vorbei. Ah, Moment. Ich muss ein bisschen einlenken. Obwohl, müssen wir nicht eigentlich mehr Richtung Süden? Weiß nicht. Du hast die Karte. Ich glaube, ich geh mal eben gucken. Aber wir waren ja vorhin eigentlich gut gestanden, weil wir da auch direkt... Wir mussten ja nach Süden. Okay. Nach links, links, links. Weiter links. Okay, okay. Oh, das wird knapp. Oh, die See wird rau, Junge. Die wird gerade richtig rau. Richtig rau. Die Unterwäsche deiner Mutter. Okay, und jetzt so genau in die Richtung müssen wir jetzt. Also hier jetzt geradeaus im Endeffekt dann. Ja, ja, genau. Genau. So. Weit ist es ja zum Glück nicht. Nee. Ah, da geht die Sonne unter oder auf. Ich weiß nicht. Wir hatten heute kein gutes Segelwetter, ne? Man möge mir ein wenig Motivation beitrommeln. Man, man müsse Motivation trommeln. Habe ich denn eine Trommel da? Ja. Sehr gut. Trotz deiner Schmutzauges. Ich bin der beste Trommel im Chor gewesen. Sind wir richtig? Einem Auge blind. Und das schon als Kind. Ja, ja. Um die Felsen da rum. Musst du einfach nur. Wir fahren drauf zu. Du musst diesmal ein bisschen gucken, ne? So Segel, Anker. Das ist so deine Kombination. Also nicht wieder in so einem... Oh, da liegen Sachen. Kisten. Guck mal da. Ja, da ist... Schmeiß meinen Anker raus. Schnell. Schnell ankern. Oh. Wir springen mutig ins Wasser. Die Gier. Ich weiß nicht. Das ist doch nur Müll von einem versunken Schuh. Glaube ich nicht. Ich habe eine Kiste gesehen. Käpt'n Gierbart. Nein. Die leuchtet. Ich glaube, das ist was Gutes. Oh, geil. Was ist das? Also, ich trommel. Ja, ich habe irgendeine Kischt. Ja, sehe ich. Geil. Da springt ihr mutig ins Meer und holt die Kiste her. Ich trommel in ihr Motivation zu. Oh, die Leute werden Geschichten über uns singen. Über die Gier? Die Gier, die mich angetrieben hat? Ja, da, 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 da. Ist man eigentlich hier auf einem bestimmten Server oder wird man einfach auf so ein Random-Ding geworfen? Das habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das habe ich auch noch nicht verstanden, das System. Also wurde da eben gerade ein Schiff zerlegt und wir nehmen jetzt die Reste da oder wie? Vielleicht ist das auch so Zufalls-Loot. Ah, guck mal hier. Ah, was hat er denn da? Eine Obstkiste. Ja, eine Obstkiste. Gegen den Skorbut, Junge. Ja, geil. Aber da ist nix drin. Wie, da ist nix drin? Da ist doch Müll. Da ist nix drin. Null von vier. Ist doch Müll. Scheiße. Na, aber vielleicht können wir die irgendwann brauchen, weißt du so? Irgendwann, wenn die Kisten voll sind, ja, kann man da noch ein bisschen Banane reinmachen und so. Ja, vor allen Dingen, dann ist dein Inventar immer nicht so voll, ne? Genau, deswegen. Obwohl mein Inventar gerade komplett leer ist. Na, ich habe noch einiges an Bananen und Granatäpfeln dabei. Und Egel habe ich auch. Wenn du einen Blutegel brauchst, kann ich dich ein bisschen anegeln, wenn du magst. Mhm, schön. So, kannst du gleich mal kommen und den Anker werfen? Äh, ja, ja, mache ich. Ein bisschen rüber, ne, damit wir schön andocken. Ja, wir sind zu schnell. Da komme ich nicht mehr dran. Aber es macht auch nichts. Fahren wir halt da vorne hin. Ja, hier geht es eigentlich auch. Wie paar Meter jetzt schwimmen. Ja, ja, ja. Wo gehen wir denn den Schädel ab? Das weiß ich auch noch nicht. Oh, ey, dieses Bremsen ist brutal, ne? Ich kann gerade das Segel nicht hoch machen. What? Mach doch mal hoch. Du bist an dem falschen Ding, du warst am Winkel. Ach so. Kannst du den Winkel auch noch einstellen, damit du immer schön mit dem Wind segeln kannst. So, ist schon wieder super düster, ne? So irgendwie... Es ist super düster. Wir sind nur nachts über schlechtem Wetter unterwegs. Das ist einfach unsere Bürde als Piraten. Ja, ja. Das ist die Strafe. So, ich nehme die Schatztruhe mit. Hast du den Schädel? Ich habe den Schädel. Okay. Der gilt auch als Schatz, glaube ich. Also du hast auf jeden Fall eine Schatzmarkierung. Ja, er wird schon irgendwas wert sein. Der leuchtet, der ist aus Gold. Also wenn der Goldfingertyp da drüben, den ich nimmt, dann... Behalten wir den. Ja klar, das ist auch eine tolle Deko. Das ist auch was Schönes für einsame Stunden Freitagabend in der Käptenkabine. Ja. Also. Ich habe den Schädel, der Lustschädel des Käptens. Wer kennt es nicht? Na, ja, eben. Jeder Käpten, der was auf sich hält, hat einen dabei. Man hat in der Regel eigentlich einen Lustschädel dabei. So. Nein, der will es nicht haben. Okay. Wir haben Gold bekommen. Aber was mit dem Schädel? Wer will den Schädel? Hm. Brauchen wir den vielleicht für die Quest? Oder so? Ich habe... Ich weiß nicht, wo die hin ist, weil... Ja, die müsste dann auf den Tisch... Wenn du auf den Tisch gehst, müsstest du sie eigentlich hinlegen können. Aber die Folge geht schon ewig lang, ne? Ja, eben. Also als Jungfernfolge müssen wir jetzt... Ja. Irgendwann ist mal Schluss. Ja, wir checken das System hier noch nebenbei so ein bisschen aus. Und die Leute können sich ja in der Zeit schon mal die Hände reiben und sagen, ob sie Lust auf mehr haben oder nicht. Das wäre immer eine gute Info. Arrrr. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung. Darrrr. Und... Tschüss. Auf Wiedersehen.